Darüber möchte ich sprechen bei mir im Studio, Professor Alexander Görlach, er ist Politologe und Experte für internationale Politik, auch an der Universität Oxford. Ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich grüße Sie, hallo. Ja, machen wir uns nichts vor, der Ukraine-Krieg, der dominiert eigentlich derzeit die Diskussion bei uns. Aber inwiefern ähnelt denn die Situation sich zwischen China und Taiwan oder ähnelt sie dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Da gibt es durchaus Parallelen, oder? Also die beiden Diktatoren Xi und Putin haben ja schon im Februar bei der Öffnung der Olympischen Spiele ein gemeinsames Kommuniqué verabschiedet, indem sie die Freundschaft ihrer beiden Länder, beider Länder preisen. Beide Xi und Putin glauben, dass sie von der Geschichte quasi auserwählt und begnadet wurden, ihre Länder zu was auch immer gearteter alten Glorie zurückzuführen. Und deswegen ist die Ukraine für Russland dasselbe, was Taiwan für China ist. Wie provokant ist denn genau in dieser Situation jetzt tatsächlich oder wäre ein Besuch der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dann in Taiwan? Ist das eine Provokation ganz bewusst der USA? Nein, ich glaube, was Xi Jinping jetzt dringend braucht, ist ein Anlass, so eine Eskalation militärisch auch, wenn es sein muss, vom Zaun zu brechen. Sie müssen so sehen, im Herbst möchte er zum dritten Mal zum Präsident ausgerufen werden und dabei gleichzeitig auch sich das Tor öffnen, ein Leben lang wie Mao Zedong zu herrschen. Gleichzeitig geht es der Wirtschaft miserabel, unter anderem auch wegen der verfehlten Corona-Politik, die er zu verantworten hat. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so hoch wie nie. Die Mittelschicht verliert den Immobilienwert durch die Immobilienkrise. Also ich könnte jetzt weitermachen. Das heißt, der Mann braucht dringend etwas, um von seinem Versagen abzulenken. Und da kommt jetzt der Besuch einer US-Politikerin ihm gerade recht, denn sie ist ja vielleicht jetzt die Ranghöchste. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige US-Politikerin, die die Insel besucht hat. Was passiert dann möglicherweise? Also kann diese Krise zwischen China und Taiwan dann möglicherweise zu Verwerfungen führen, die wir heute noch überhaupt nicht absehen, die möglicherweise zu einem Weltkrieg führen könnten? Also ich sage immer, die Geschichte, solange sie noch stattgefunden hat, ist immer noch offen. Im Moment haben wir aber in der Tat eine Konfrontation, die sich nur auf, sagen wir jetzt, höchster militärischer Ebene wird lösen lassen, indem die höchsten Militärs der beiden Seiten natürlich auch in geheimer Weise miteinander kommunizieren, um abzustimmen, was welche Seite nun wie genau tun kann, um diese Eskalation zu vermeiden. Sie haben vollkommen recht, sollte das nicht stattfinden, sollte eine solche Absprache nicht austariert werden können, gibt es in der Tat eine reale Kriegsgefahr. Können Sie uns nochmal erklären, warum Taiwan so wichtig ist für China und Xi Jinping in dieser Situation? Er droht ja eigentlich schon seit Jahren mit einer Invasion. Also es gibt zum einen die historische Geschichte, dass die Republik China, die Taiwan ist, von den Maoisten quasi im Bürgerkrieg besiegt wurde. Und das letzte verbliebene Territorium dieser Republik China ist eben Taiwan. Natürlich wollen die Chinesen sich einverleiben, um zu sagen, wir haben gewonnen, so endgültig, auch der Bürgerkrieg 70 Jahre später. Aber Taiwan hat eine bedeutende Rolle im gesamten Westpazifik. China hat mit allen Anrainerstaaten dort Territorialkonflikte, die jederzeit, zum Beispiel in den Philippinen, auch militärisch eskalieren könnten. China hat Interesse an der Halbleiter-Produktionsindustrie Taiwans. Genau, denn China hat die seltenen Erden und Taiwan hat die Technologie und das Know-how. Das ist wiederum auch einer der wichtigsten Gründe, warum Deutschland und die USA nicht einfach so zugucken können, dass Taiwan eingenommen wird, weil dann auch bei uns kein Auto mehr vom Band läuft, wenn die Chips aus Taiwan nicht kommen. Also da muss ich nochmal nachhaken. Wie könnte sich denn der Westen und die USA verhalten? Denn die USA erkennt Taiwan offiziell nicht an als Land, aber wenn China wirklich militärisch vorginge, wie könnte man sich verhalten? Bis dato gab es ja so einen Burgfrieden und wir als Deutsche wissen ja auch, in unserer Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit, gab es zwei deutsche Staaten und jeder Staat, jeder, der west- und der ostdeutsche Staat, haben für sich in Anspruch genommen, das Deutschland zu sein. Also man kann ja jede Menge Akrobatik machen in der Diplomatie, um trotzdem quasi, so ist es ja auch mit Deutschland, quasi ein richtiges Verhältnis auch diplomatisch mit Taiwan und mit China zur selben Zeit zu haben. Aber gleichzeitig ist die Eskalation jetzt, berührt auch ureigene Wirtschaftsinteressen unseres Landes und unserer Ökonomie geht es ja auch jetzt gerade nicht super. Das heißt, hier muss ganz klar auch von Berlin und anderen Hauptstädten, nicht nur von Washington, klargemacht werden, dass man, wie die USA auch, so eine strategische Alles-Kann-Nichts-Muss-Haltung aufgibt und sich klar für Taiwan und mit Taiwan positioniert und auch klar macht, wie im Ukraine-Krieg, dass natürlich auch Waffen geliefert werden, dass natürlich auch das Land unterstützt wird gegen einen Aggressionskrieg, den Peking vom Zaun brechen würde. Also bis jetzt ist das Credo Deutschlands ja Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel, gerade mit China und der Angela Merkel. Das heißt, Deutschland kann auch noch was lernen, vielleicht sogar im Vergleich, wir haben mit der Ukraine angefangen, die Nähe zu Russland war zu groß. Könnte man sich da auch etwas mehr entfernen? Ja klar, also ich glaube, dass man, also Frau Merkel, die das ja in ihrer Kanzlerschaft so vorangetrieben hat, also das ist schon gut, dass man das versucht hat, aber jetzt wissen wir, es wird nicht klappen. Und in dieser Hinsicht muss man sich schon auch, wobei man auch sagen muss, dass die Chinesen nochmal ganz anders in die Weltwirtschaft integriert sind, auch auf der einen Seite vollkommen regelkonforme und auch Interessen haben, Wohlstand wie wir alle, aber auf der anderen Seite zur selben Zeit auch diesen nationalistisch-aggressiven Teil. Und man kann also da anders verhandeln und spielen als das mit Russland, das außer Gas und maroden Atombomben nichts anzubieten hat. Das ist natürlich eine andere Diskussionsgrundlage. Also China selbst hat mehr Interesse, das will ich damit sagen, noch ein ordentliches Mitglied der Weltgemeinschaft zu bleiben als Russland. Das ist unter Herrn Putin oder Herr Putin hat stellvertretend für ganz Russland entschieden, dass Russland keine konstruktive Rolle mehr in der Weltpolitik spielen soll. Klare Einordnung von Professor Alexander Görlach. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und den Besuch hier im Studio. Danke.